Sain Keller Sain Keller, einer der legendären Schweizer Performer, vielen noch bekannt mit der Aktion Sain Keller schläft für Sie, die an allen unterschiedlichen Orten aufgeführt hat, unter anderem auch im Fernsehstudio der Schweizer Nachrichtensendung 7 vor 10, aber auch an anderen öffentlichen und weniger öffentlichen Orten. Man konnte ihn einladen, Sain Keller hat dann geschlafen und geträumt für einen. Sain Keller hat sich hier mit der Künstlerliste von Art in the City befasst, hat einen Vorabdruck des Katalogs bekommen, hat aus diesen Texten, die über die Kunst und über die Künstler geschrieben wurden, Kernsätze herausgelöst und hat aus diesen Kernsätzen Liedtexte mit klassischen italienischen Canzonis geschrieben, die wiederum im Schiffbau an der Vernissage am 8.9. aufgeführt worden sind. Wir haben das aufgenommen und das läuft jetzt einmal täglich im Hotel Rivington & Sons unten in dieser Espresso Bar und Whisky Bar des Prime Towers.